Musik Vom 26. November bis zum 30. Dezember wird der Einkaufsbahnhof Hannover zum Weihnachtsbahnhof. Musik Über 50 Geschäfte laden weihnachtlich dekoriert zum Bummeln und Shoppen ein. Für die kleineren Weihnachtsfans stehen Kinderkarussell und Kindereisenbahn bereit. Auf dem Ernst-August-Platz bieten rund 40 Hütten alles für einen unterhaltsamen, spannenden und abwechslungsreichen Besuch. Es gibt traditionelles Kunsthandwerk, es gibt glitzernde Accessoires und natürlich jede Menge heiße und kalte Köstlichkeiten. Von gebrannten Mandeln über Schmalzkuchen bis hin zu Glühwein und Feuerzangenbowle. Auf der Weihnachtsbühne gibt es täglich Live-Musik-Events. Hier spielen zum Beispiel die aus der beliebten Schlemmer-Jazz-Reihe bekannten Ellingtones und andere Jazz-Acts. Es gibt groovigen Pop und festliche Chormusik. Einer der Höhepunkte an jedem Freitagabend ist eine im wahrsten Sinne des Wortes heiße Show. Feuerkünstler Spencer inszeniert kunstvoll und spektakulär das Element Feuer. Und über allem erstrahlt die historische Fassade des Bahnhofes in prachtvollem Glanz. Weihnachten wird einfach verlängert. Der Markt am Hauptbahnhof hat als einziger Weihnachtsmarkt in Hannover sogar nach den Festtagen geöffnet. Noch bis zum 30. Dezember lädt der Hauptbahnhof Hannover zum Verweilen, zum Erleben und zum Genießen ein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020